Herzlich willkommen an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Schön, dass Sie sich für die Burg interessieren. Mit dieser Präsentation geben wir Ihnen einen Einblick in unser Kunst- und Designstudium. Wir hoffen, Ihnen bei der Frage zur Studienwahl weiterhelfen zu können. Doch wo befindet sich die Burg überhaupt? Die Stadt Halle liegt mitten in Deutschland und ist mit der Bahn sehr gut erreichbar. Andere Großstädte wie Leipzig und Berlin sind nicht weit. Auch der Flughafen Leipzig-Halle ist nah. Doch das ist natürlich nicht, was Halle ausmacht. Mit rund 240.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Halle eine mittlere Großstadt. Sie hat viele Grünflächen und einen schönen Altstadtkern. Über 20.000 Studierende prägen hier das Lebensgefühl. Halle hat eine Vielzahl an kulturellen Angeboten. Die Oper, das Kunstmuseum Moritzburg, Festivals wie das Silbersalzfestival oder das Werkleitsfestival und vieles andere mehr prägen das kulturelle Stadtbild. Daneben gibt es eine lebendige Subkultur. Diese wird geprägt durch studentische und freie Initiativen. Es gibt viele Freiräume, Atelierräume oder das freie Radio Korax. Derzeit studieren über 1000 Studierende an der Burg. Davon studieren zwei Drittel im Fachbereich Design und ein Drittel im Fachbereich Kunst. In über 20 Studienrichtungen bietet die Burg viel Raum zum Denken, Experimentieren und künstlerischem Gestalten. Die Studiengänge sind klein und familiär organisiert. So wird ein sehr intensives Studium ermöglicht. Beste Studienbedingungen bieten auch unsere Einrichtungen. Die Bibliothek ist die wichtigste Bibliothek zu aktueller Kunst und aktuellem Design im mitteldeutschen Raum. Sie verfügt zudem über eine Materialsammlung mit fast 1000 Materialproben. Die Burg bietet ebenso umfangreiche Werkstätten. Außerdem gibt es mit der Burggalerie im Volkspark einen eigenen Ausstellungsraum. Und nicht zu vergessen, bietet die Burg einen schönen, familiären Campus. Die Burg ist aufgeteilt auf drei Hauptstandorte. Der Campus Kunst befindet sich zum einen in der historischen Unterburg der Burg Giebichenstein. Ein anderer Teil des Fachbereichs Kunst befindet sich im Hermesgebäude. Der Fachbereich Design ist zentral auf dem Campus Design zu finden. Dort sind auch die zentralen Werkstätten, die Bibliothek sowie das Medienzentrum. Die Qualität der Lehre steht an der Burg an erster Stelle. In allen Studienrichtungen können individuelle Schwerpunkte entwickelt werden. Es geht darum, die eigenen Interessen und Stärken zu erkennen und zu fördern. Ein Kunststudium ist deswegen auch eine Reise zu sich selbst, in Beziehung zur Gegenwart und zur Gesellschaft. Es geht darum, einen kritischen, einen differenzierten Blick zu entwickeln. Das Studium ist ein Reisegepäck oder Begleiter auf diesem Weg. Das Studium im Fachbereich Kunst dauert in der Regel fünf Jahre und schließt mit dem Diplom ab. Zudem gibt es das Masterstudium in den Kunstwissenschaften. Malerei Was ist ein gemaltes Bild? Im Malereistudium geht es um Form, Farbe und Format. Aber es geht auch um Emotionen, Aussagen und Reflexionen. Und im Studium der Malerei wird ebenso gezeichnet, werden Druckgrafiken oder zum Beispiel Trickfilmtechniken angewendet. Grafik Ob Handzeichnungen, Collagen, Comics, Film, Foto oder Graffiti. Im Grafikstudium stehen druckgrafische Techniken im Mittelpunkt. Und bitte die Studienrichtung nicht verwechseln mit einem Kommunikationsdesignstudium. Buchkunst Das Profil des Buchkunststudiums an der Burg ist deutschlandweit einzigartig. Medien wie Fotografie, Film, Siebdruck, Bleisatz und selbstverfasste Texte werden ebenso im Studium mit eingebunden wie digitale Techniken. Bild, Raum, Objekt, Glas Die Vielfalt der Studienrichtung zeigt sich schon im Namen. Auch Bild, Raum, Objekt, Glas ist eine in Deutschland einmalige Studienrichtung. Wer sich für das Medium Glas interessiert, mit seinen Facetten wie Licht, Fragilität und Transparenz trotz Masse, ist hier richtig. Textile Künste Im Studium der Textilen Künste an der Burg ist das Textile Schaffen genauso ein Arbeitsmittel wie die Malerei, wie Videos, Performances, Installationen oder Skulpturen. Die textilbasierten Ideen können in den Werkstätten umgesetzt werden. Sie sind dafür bestens ausgestattet mit Webstühlen, Stickmaschinen und einer Färberei. Bildhauerei Figur Die Figur ist das zentrale Thema in dieser Studienrichtung. Im Studium der Bildhauerei Figur an der Burg geht es um das Wechselverhältnis und komplexe Zusammenspiel von Mensch und den räumlichen und sozialen Landschaften. Bildhauerei Metall Ausgangspunkt der Auseinandersetzung in der Studienrichtung Bildhauerei Metall ist das Arbeiten mit Metall. Allerdings mit einer großen Offenheit auch für andere Medien. Es geht um räumliches Arbeiten, aber auch um die Konzeption, Reflexion, das Experimentieren mit gesellschaftlichem und politischem Raum. Keramik Das unikate Gefäß, das experimentelle Objekt, die keramische Plastik und die Installation stehen im Studium der Keramik gleichberechtigt nebeneinander. Der Entwurf für architekturbezogene Kunst und deren Realisierung ist ein weiterer Schwerpunkt. Schmuck Der Mensch ohne Schmuck? Schwer vorstellbar. In der Studienrichtung Schmuck geht es um Kunst von Menschen für Menschen, um individuelle Kunst am Körper. Zeitbasierte Künste Die Studienrichtung Zeitbasierte Künste versteht sich als Forschungsraum. Erzählerische und experimentelle Filme, Projektionen, Klänge, Zeit- und Zeitwahrnehmung, gebaute und mediale Räume, Körper und Bewegung, Materielles und Immaterielles werden erkundet. Kunst auf Lehramt Das Kunstlehramtsstudium wird an der Burg sowohl in Praxis als auch in Theorie studiert. Das andere Fach wird belegt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dort gibt es auch das erziehungswissenschaftliche Begleitstudium. Querschnittsgebiete und Grundlagen Die Burg bietet ein einzigartiges Grundlagenstudium. Unsere Studierenden sind in ihrer Fachklasse fest verankert und zugleich in ein interdisziplinäres Grundlagenstudium eingebunden. Das Grundlagenangebot gibt die Möglichkeit, Medien und Techniken zu erproben. Aber auch wissenschaftliche Disziplinen wie Kunstwissenschaften und Philosophie gehören bei uns zum Studium dazu. Seit dem Wintersemester 2019-20 wird zudem der Masterstudiengang Kunstwissenschaften angeboten. Der wissenschaftliche Studiengang verknüpft Kunstgeschichte, Philosophie und Kunstpädagogik. Forschungsfelder liegen in der Reflexion, Ausstellung und Vermittlung von Kunst. Und nach dem Diplomstudium bietet die Burg sowohl ein Aufbaustudium als auch ein Meisterschülerstudium an. Im Fachbereich Design werden Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten. Ein Bachelorstudium dauert an der Burg vier Jahre. Das Masterstudium ist entweder ein- oder zweijährig. Insgesamt bieten wir im Design fünf Studiengänge an. Diese gliedern sich teilweise in unterschiedliche Studienrichtungen auf. Design studieren an der Burg heißt, sich bewusst mit der Welt, ihren Dingen und dem Menschen auseinanderzusetzen und sie neu zu denken. Industriedesign Der Studiengang Industriedesign integriert die drei Studienrichtungen Industriedesign, Spiel- und Lerndesign sowie Produktdesign, Keramik- und Glasdesign. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und wie wollen wir produzieren und konsumieren? Im Industriedesign-Studium geht es um Designlösungen in einer komplexer werdenden Lebensumwelt. Die experimentelle Gestaltung von Produkten und Prozessen versteht sich dabei als Beitrag zu einer nachhaltigen Alltagskultur. Spiel- und Lerndesign Im Studium Spiel- und Lerndesign beschäftigen sich Studierende mit der Gestaltung von Spielräumen, Spielobjekten und Spielaktionen. Ebenso geht es um Konzepte und Medien zum Thema lebenslanges Lernen. Es entstehen sowohl prototypische Spielzeuge als auch Räume und Aktionen für Jung und Alt. Produktdesign, Keramik- und Glasdesign Die Studienrichtung vermittelt Werkstatt- und werkstoffbezogenes Entwerfen von Einzelstücken bis hin zu industriell reproduzierbaren Serien. Es stehen die Werkstoffe Porzellan und Glas im Mittelpunkt. Innenarchitektur Die Innenarchitektur beschäftigt sich mit der Gestaltung des Raums in seiner gesamten Dimension. Von Innenraumgestaltungen, dem Entwurf von Möbeln, über die Konzeption von Ausstellungsgestaltungen bis hin zu kompletten Um- und Ausbaugestaltungen. Kommunikationsdesign Der Studiengang Kommunikationsdesign an der Burg bietet ein projektorientiertes Studium an. Hierbei gibt es die Studienschwerpunkte Editorial Design, Fotografie, Illustration, Informationsdesign sowie Schrifttypografie. Im Zentrum steht, Wissen und unseren Zugang zur Welt in Botschaften, Informationen und Erzählungen zu transferieren. Modedesign Der Studiengang Modedesign besteht aus den zwei Studienrichtungen Mode und Textil. Die Studienrichtung Mode verbindet Individualität, Innovationsgeist und technisches Know-how. Im Studium wird vermittelt, wie mit einer eigenen Handschrift künstlerische Konzepte für zeitgenössische Bekleidung entwickelt werden. Textildesign Im Textildesign geht es um Materialentwicklung, um eine Sensibilisierung für Material, Farbe und Form. Es werden eigene Stoffe und Textilien entwickelt. An der Burg werden sowohl klassische Verarbeitungsprozesse gelehrt, als auch mit neuesten Technologien wie Smart Textiles experimentiert. Multimedia VR Design Der Studiengang Multimedia VR Design ist eine Symbiose zwischen Design und Technologie. Menschen mit künstlerisch-gestalterischem Talent und großer Leidenschaft für Computer sind hier richtig. Es geht im Studium um multimediale Technologien wie VR, Computeranimation, Game Design, Datenvisualisierung oder um generatives Gestalten. Zudem gibt es im Designstudium Querschnittsgebiete und Angebote. Eine Besonderheit an der Burg ist das Grundlagenstudium. Im ersten Studienjahr werden alle Designstudierenden gemeinsam ausgebildet in den gestalterischen und künstlerischen Grundlagen. Diese umfassen Module, die nach Dimensionen gruppiert sind. 2D – Zeichnen, Farbe, Schrift und Typografie, Fotografie 3D – Dreidimensionales Gestalten, Material, Form, Objekt und 4D – Prozess, Strategie, Interaktion, Licht und Raum Es wird zudem eingeführt in Kunst, Design und Architekturgeschichte, in die Psychologie der Gestaltung und Designtheorie sowie in Philosophie und Ästhetik. Zu den jeweiligen Bachelorstudiengängen gibt es passende Masterstudiengänge. Ein weiterer Masterstudiengang ist der in Deutschland einzigartige wissenschaftliche Studiengang Designstudies. Die Designstudies befassen sich mit den theoretischen und praktischen Bedingungen des Planens, Entwerfens und Gestaltens und mit deren Folgen. Und wer dies alles noch weiter vertiefen möchte, die Burg verfügt in beiden Fachbereichen über das Promotionsrecht. Für verschiedene Produktionsverfahren steht eine Vielzahl an Werkstätten zur Verfügung. In den zentralen Werkstätten wird mit den Materialien und Techniken Holz, Kunststoff, Metall oder 3D-Druck selbstständig gearbeitet. Seit 2020 gibt es auch die Burg Labs, die die Gebiete Nachhaltigkeit, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und Robotik umfassen. In den einzelnen Studienrichtungen gibt es zudem fachspezifische Werkstätten und Labore. Hier kann gearbeitet werden mit hochspezialisierten Verfahren und Techniken. Und die Burg ist natürlich noch mehr. So ist die Burg auf Ausstellungen und Messen im In- und Ausland vertreten. Zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse oder der Möbelmesse Mailand. In den Studiengängen werden zahlreiche Exkursionen und Kooperationen angeboten. Zudem gibt es mit der Burg Kita eine Kinderbetreuung. Die Burg Kita kooperiert übrigens auch mit der Studienrichtung Spiel- und Lerndesign. Der Burg Shop präsentiert eine Auswahl von Designprodukten und Kunstwerken unserer Studierenden und Alumni. Im Jour Fix sind nationale und internationale Gäste eingeladen. Sie stellen wöchentlich in den öffentlichen Vorträgen verschiedenste Themen vor. Das Designhaus Halle ist unser Existenzgründerzentrum. Das Designhaus ist eine Startbahn für Spin-offs und Start-ups. Es bietet Büros zu günstigen Konditionen und optimale Gründungsbedingungen in einem interdisziplinären Umfeld. Um an der Burg zu studieren, benötigen Sie die allgemeine Hochschulreife. Bei überragender künstlerischer Begabung ist ein Zugang ohne Abitur möglich. Zudem muss die Aufnahmeprüfung bestanden werden. Im Fachbereich Design sind zum Teil Vorpraktika erforderlich. Zudem muss die Aufnahmeprüfung bestanden werden.